Pfff! Ich geh nicht zu weit nach vorne. Sie wagen es nicht zurück zu schlagen. Dieser Ding. Oh mein Gott. Sie sehen nicht mal. Was ist denn das für schlechtes Zeug? Abtötung. No help. Pssst. Meine auch nicht dich. So. So. Jetzt machen wir uns hier mal Hydra. Hydra. So. Hälfte wenigstens. Das ist schon lange zu spät. Too slow. So. Oh mein Gott. So. 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 So, Ah, der Teemo. Oh mein Gott. Ich muss natürlich den hinterherjagen, sonst werden sie mich flamen, ich mach kein Part. Schau vielleicht. Nein. Fünf, vier gegen fünf. Andere versuchen es. Mir gelingt es. Oder vier gegen, äh, fünf gegen vier haben wir gemacht, glaube ich. Nein, oder vier gegen vier. Ja, okay, beim Gewinnen. Blühe. Ein Gegner wurde getötet. Kommt niemand, okay. Okay. Sollsch Ehre prägt den Stil. Not fünf Vs, vier Vs, fünf. Wieso, wieso müssen die immer zu viert angreifen? Ich hab nur kurz Blut genommen. Könnt ihr kurz warten? Shit. Ich kann nicht angreifen, weil dieser Ding im Weg ist. Oh shit. Die anderen greifen auch nicht an. Oh shit. So ist das einfach unmöglich. Wieso weitermachen? Wir haben drei Spiele, die nicht richtig spielen. Die anderen greifen auch nicht. Ja. Ich bin unerreicht. Ich bin unerreicht. Geht doch! So weitermachen! Hab ich gut gewonnen! Soll das eine Herausforderung sein? Oh shit, ich kann nicht springen. Sie ist schon wieder tot an. So geht das. Wir dominieren einfach Sie mal! Tens. Einen Turm zerstört. Sofort! Präzision und gratis. Ich geh immer top, liebe. Wir haben so keine Chance. Soll das eine Herausforderung sein? Bereitet euch vor zu sterben! Ein Verbündeter wurde getötet. Jetzt fliehen sie schon wieder so viel. Blutrausch! Terminiert! Berserker! Wir müssen etwas tief-offensiveres nehmen. Wir machen hier... Ah, nein, nicht den. Der ist zu offensiv. Ähm, wir nehmen... Schurzengel wäre gut. Ein Verbündeter wurde getötet. Kein Zöger! So... ...not... ... ... ... ... ... ... Unverschämter Pöbel! I only see the knot. Ich werde ein bisschen angeben. Ein bisschen angeben. Ein Verbündeter wurde gefunden. Sie waren es nicht so. Und schon wieder! Hm. So keine Chance. Ich gehe weg. Keine Chance so. Andere versuchen es. Mir gelingt es. Ich... 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 Nehmen wir eine. Thanks. Oh mein Gott! Timo! Juso! Oh mein Gott! Timo! Sternchen! Sternchen! Soll das eine Herausforderung sein? Soll das eine Herausforderung sein? Bereitet euch vor zu sterben! Oh mein Gott! Den haben wir. Oder den anderen? Boah, die Pizze die ganze... Was hat der jetzt eine für ein Bild? Okay, viel zu spät hat der Ding gekannt. Ich muss schauen, wenn ich... wenn ich wieder komme, ist alles wieder im Load. Aber so nicht. Timo! Greif ich nicht an. Timo! Ähm, welchen haben wir noch nicht... Ah, wir könnten mal Geschwindigkeit Boots nehmen. Dann nehmen wir... Äh, nein, ich kaufen. Verkaufen, verkaufen. Geschwindigkeitsboots. So. Das ist das, ähm... Ja, 15 Auftrempe. Der ist für mich sehr gut. Unaufhaltbar! Ah! 14 Kills... 14 Kills... Wir haben die... Ok, Timo hat noch ein paar Kills. In einem Augenblick. Wo geht er jetzt schon wieder hin? Pappé Push Tschüss.